Gute liebe Eintracht-Fans, herzlich willkommen zu unserer großen Hyundai-Tiefgarage-Spiel-Szenen-Distanz-Mess-Challenge. Der Punkt geht an euch, wenn ihr den Titel unserer Challenge richtig aussprecht. Es geht darum, die Jungs Kevin Trapp, Timmy Chandler, Armin Younes und Stefan Ilsanker, die bekommen einige coole Eintracht-Tore aus unserer Historie gezeigt und ihr müsst die richtige Distanz schätzen, jeweils in Zweierteams. Das sind Trappo und Ilse, Armin und Timmy. Ihr seid zusammen jeweils in einem Team und ihr müsst die Distanz der jeweiligen Tore oder Spielszenen richtig messen und dann jeweils eben in eurem Team mit einem Hyundai die richtige Distanz fahren. Der Verlierer oder die Verlierer müssen dann das Auto des Siegerteams putzen. Schlüssel ist jedenfalls in der Mittelkonsole, im i20N und im i30N. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Startkar seid, legen wir los mit der ersten Spielszene. Gut, dann legen wir los mit Tor 1. Willi Neuberger. Eintracht gegen Kaiserslautern im Mai 1981. Ja? Ja? Seid ihr bereit? Dann könnt ihr losfahren. Ich gehe euch nach und messe dann immer die Distanz. Im Herzen von Europa, alles angerichtet hier im Deutschen Bankpark. Also, 3, 2, 1, los! Ich hoffe, das sind 6 Meter auch noch, 5 Meter. Ich hoffe, dass ihr euch hier seid. Ich hoffe, dass ihr euch hier seid. Team i20N, Timi und Armin, 14 Meter, 10 Zentimeter seid ihr gefahren. Trapo, Ilse, Team i30N, ihr hattet 17 Meter und 10 Zentimeter und korrekt sind 20 Meter. Also, ihr wart näher dran und damit geht der erste Punkt an euch. 1 zu 0. Jetzt haben wir eine etwas längere Distanz. Mijat Kaczynovic. Ab dem Moment, wo er den Ball erobert, bis zum Torabschluss. Also, bis genau hier. Seid ihr bereit? Passt? Okay, go! 70 Meter Mijat's Lauf. Der war schneller unterwegs als ich jetzt. Aber, mal gucken, wer näher dran war. Es waren 70 Meter tatsächlich. Okay. Ja. Dann müssen wir ja besser sein. Und ihr wart um einen halben Meter näher dran. 81,5. Ihr hattet 82 Meter. Gut. Dann haben wir den nächsten Treffer. Durica in Dortmund, 2006. Okay. Passt? Was haben wir hier? Start-Stop oder was? Wie geht das an? Wie geht das an? Du musst aber Kuppel umdrücken, gell? Das ist Gangschaltung. Du musst die Kuppel umdrücken. Bist du schon überfahren, Bruder? Nee. Jetzt mal die Handbremse raus. Dann drückst du mal die Kupplung runter links. Fahrschule, Chandler. Fahrschule, Chandler. Jetzt musst du mal hier auf den Start drücken. Aber erstmal musst du ein Stück nach vorne. Hier unten. Guck mal, wenn wir eben 14 waren, ne? Ja. Wir müssen einfach nur 10 Meter weiter. Guck mal, wir sind eben hier gerade. Ich würde schon kurz hier stehen bleiben, gell? 27,5 Meter war die Distanz vom Treffer. 28,1 Meter. Also wirklich hauchnah dran wart ihr. Und 1 Meter länger als Timmy und Armin. 29,1 Meter habt ihr geschätzt. 1 zu 2. Hi. Hi. Ihr habt noch eine Chance, ja? Abspielen, so. Das macht ihr schon mal! Das macht ihr schon mal! Weit über 30 Meter laut Kommentator. Los geht's! Weit über 30 kann man auch nicht sagen. Wo waren wir? Wir waren noch in dem schwarzen. Ah, nein. Eins weiter, oder? Oder waren wir noch in dem schwarzen Team? Nein, ich mach mal schon. So, diesmal nicht so eng beieinander die beiden Hyundai's. Bin gespannt. 35 Meter waren es vom Treffer. Team I20N 25,8 Meter und Team I30N 27,8 Meter geschätzt. Knapper Sieg. Knapper Sieg, aber ihr müsst eure Wettschuld noch einlösen, leider. wie ist es? Ja. Wie ist es? Wie ist es? Wie war es, kann man sich nur mit der Barsche?